Musik Auf der diesjährigen Hannover Messe zeigen wir, wie durch nahtlose Integration über alle Komponenten der Automatisierung, so wie durch künstliche Intelligenz die Anlagenverfügbarkeit deutlich erhöht werden kann. Ja, es ist beeindruckend, dass sich Vorfors immer dem Niveau des Gegners anpasst, egal ob man etwas besser oder schlechter ist, hält er immer das Niveau. Und dass er sehr lernfähig ist, dass wenn er mal einen Spin falsch eingeschätzt hat, dass er es beim zweiten Mal seinen Fehler nicht wiederholt. Musik 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 Die Fabrik der Zukunft wird neben Sensoren und Controllern auch Künstliche Intelligenz benötigen. Und OMRON ist auf diese Zukunft sehr gut vorbereitet. Musik 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 Musik